Wir spielen jetzt wieder Bombe, nachdem wir gerade gar im gerade Bereich sichern hatten. Und damit, hallo da seid's und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Die sind bestimmt wieder im Turm. Wir müssen eine Bombe aufschmühen. Ich fahr mal zum Turm. Turm sind sie nicht. Warum ist es da? Die Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Schieben! Na, warum springt der denn? Zehn Sekunden. Äh, das ist Strom. Hier sind Rellen, kann man hier auch klettern? Nein. Entschärfer wurde erneut gesichert. Rück zur Bombe fuhr und entschärft sie. Oh Gott, nein, Mann, Alter, das gibt's nicht. Da, guck der oben raus. Na klar doch. Die haben noch Läsionen. Das ist zum Kotzen, ey. Da bleib ich auch noch an dieser beschissenen Wand. Bestimmt, ja, Frau Frost. Ein Fragezeichen ist noch. Hinten ist Lesion, hat mich Halbe Energie fast Bei ihm Der ist wieder ganz wahnsinnig Lesion ist jetzt wieder im Bereich Im Speisesaal Lesion ist verletzt, super Okay, vielleicht ein Stück nach rechts gucken Wegen Tür, damit man die ganze sieht Ja, ich meine Er hat gerade meine Drohne in der Hand gehabt Dich aber meine Maus in die Hand nehmen müssen Wo du rumgespielt hast Im Hintern gepurpelt Im Keller Immerhin haben wir genug Kontaktgranaten Weiß jemand hier, der springt auf den Tisch Und legt direkt auf den Tisch Die Bomben weiter schützen Hm Eine Drohne am Haupteingang Beide Luken sind zu Hat den Hologam zerstört Schnell, 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 schnell Neue Übertragung aktiv Ich werfe den Pröder Ich werfe den Pröder Ich werfe den Pröder Ich werfe den Pröder Fittströne fährt gerade den Keller runter Hab sie Ich werfe meine Begleiter ein Twitch Haupteingang Rot markiert Was hat er denn jetzt aktiviert? Hammermann, haben sie noch rot markiert? Twitch macht Alibi-Dinger kaputt Ja, wo? Hab sie Hat keine Schockdronne mehr Hier beim Waschbecken Schockdronne, alle kaputt Hammermann guckt hoch zu den Doppelstockbetten Rot markiert Was denn? Sichtkontakt zum Ziel Sichtkontakt zum Ziel Erdgeschoss Jetzt hat er die Kamera Mist Einer war noch Lobby ist Unten hier Rot markiert IQ Jetzt hat die auch noch die Kamera Die hat mich unten Kamera und mich An der Treppe ist IQ Waschküche Löff der verbleibende Gegner Gegner eliminiert Mission erfolgreich An der Treppe ist Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Nein! Jetzt kommt der Arsch da raus, der war ja immer drin Herzschlagmann bei mir Ach, der war oben Da wollte ich rein, jetzt räumchen Scheiße Was? Das war ein Headshot drin, Alter Das kann doch nicht sein, ey Na klar doch, klar Er bleibt einfach ganz Markier doch Vorsicht, Herr Schagmann war oben Da war Rainer Dein Liebling Jetzt bloß nicht Turm Das war ein Headshot drin, Alter Dich 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 IQ ist bei mir auch tot Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn die im Rauch entschärfen kann ich Jokain Ach Leute, was macht ihr denn? Mist Mission gescheitert, eigener Operator gefallen So aus wäre ich in den Boden reingefallen Die Turmrunde begann so gut, weil die Leute so gut in meinen Schuss reingerannt sind Aber ansonsten war das wieder, weil wir halt dort nicht gewonnen haben Aber bis zum nächsten Mal, macht's gut Und tschüss tschüss